Die App bietet Kindern zwei Dinge. Das eine sind Erklärvideos, die wirklich ganz toll und kindergerecht gemacht werden. Es wird nicht dramatisiert, es wird aber auch nicht beschönigt, sondern es werden wirklich die Fakten erklärt, so dass Kinder ganz genau verstehen können, was mit Mama passiert. Daneben gibt es auch Spiele, vielleicht, dass die Kinder sich zwischendrin mal ablenken können und wieder die Gedanken schweifen lassen können, was anderes machen können. Also es ist eine super Kombination für Kinder. Für Mütter bietet die App auch Erklärtexte, Infotexte, die meiner Meinung nach auch noch mal viel Neues bieten.